Musik Emma, stehst du bitte auf? Es ist jetzt schon kurz nach neun. Wir wollen gleich zusammen frühstücken. Aber Mama, es ist doch Wochenende. Da können wir noch lange schlafen. Bis in die Puppen. Och Emma, komm schon. Sonst müssen wir ohne dich essen. Noch fünf Minuten? Oh, fünf Minuten. Erstmal weiß ich nicht, wie viel das ist, aber lieber fünf Stunden. Das ist mehr. Wo sind denn alle? Ich dachte, wir wollten... Also um diese Uhrzeit frühstücken wir doch immer. Aber wo ist... Ist noch keiner wach? Wie, bin ich jetzt als erstes wach? Das gab es ja noch nie. Oh Mann, das ist ja... Das ist irgendwie blöd, weil jetzt muss ich auf alle warten und dabei möchte ich eigentlich jetzt schon meinen schönen Kakao trinken. Oh, perfekt. Da wurde ja sogar schon vorbereitet. Oh, sogar heißer Kakao. Mmh, super. Aber... Irgendwie schmeckt der Kakao heute komisch. Weiß ich nicht. Na, egal. Vielleicht ist das eine neue Sorte. Vielleicht ein bisschen Zucker rein. Ja, mit Zucker geht's eigentlich wieder. Aber irgendwie... Ja doch, das sieht auch aus wie Kakao. Ja, scheint eine neue Sorte zu sein. Ich schau mal ein paar Cartoons. Oh Mann, oh Mann. Irgendwie auf einmal bin ich hellwach. Wieso das denn? Hanna, stehst du dann bitte auch auf? Ja, ich bin schon wach, Mama. Und kannst du dann bitte auch Papa wecken? Ich gehe erst mal ins Badezimmer. Hm, okay. Mann, oh Mann. Ich will ja diesen Kakao direkt austrinken. Normalerweise will ich immer ganz lange warten, aber diesmal nicht. Oh Mann, oh Mann. Das ist... Auf einmal wird mir ganz komisch. Warum bin ich denn auf einmal so hellwach? Und auf einmal muss ich voll auf Klo. Oh, das ist ja wie bei Papa, wenn er... Oh, oh. Ist das etwa... Nein, nein. Das ist bestimmt nicht der Kaffee. Das ist einfach ein neuer Kakao. Oh, Julian, stehst du bitte auch auf? Julian? Oh, sein Bett ist leer. Dann ist er wohl schon aufgestanden. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, na gut. Dann gehe ich erst mal ins Badezimmer und dann mache ich das Frühstück für alle fertig. Mein Kaffee wird mittlerweile auch schon kalt sein. Hey, Papa. Aufstehen. Aufstehen. Es gibt gleich Frühstück, hat Mama gesagt. Ja, ich bin schon wach. Ich bin schon wach. Gib mir noch fünf Minuten, dann komme ich runter. Deine fünf Minuten kenne ich, Papa. Das dauert ewig. Ich gehe schon mal runter. Hey, Hannah. Hey, Hannah. Hey, Hannah. Hey, Hannah. Was machst du? Was machst du? Wollen wir mal spielen? Wollen wir vielleicht raus auf den Spielplatz? Oder willst du was essen? Oh, du hast tolle Klamotten an. Wie geht's dir eigentlich? Oh, hast du etwa eine neue Schleife? Hast du eine neue Haarfarbe? Ich habe eben einen neuen Cartoon gesehen. Und ich weiß nicht, ich bin hellwach, ich bin hellwach und ich könnte Bäume rausreißen, aber wir haben hier keinen Baum. Sollen wir einen Baum anpflanzen hier bei uns? Oder wollen wir einen ganzen Wald hier haben? Ich bin auch ein bisschen müde und ich bin auch erst vor fünf Minuten aufgestanden. Da könnten wir auch Bären und Dölfe hier haben im Haus. Das wäre doch cool. Das wäre doch super. Warum bist du denn schon so hellwach? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Mir ist jetzt ein bisschen nach Tanzen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Boah, der geht ja gar nicht. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Hannah wird sich mitmachen. Hannah wird sich mitmachen. Mach doch mit, mach doch mit, mach doch mit. Aber du bist voll der Morgenmuffel. Richtiger Morgenmuffel. Was könnte ich denn noch machen? Ich könnte ja die Treppe hoch und runterlaufen. Die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. Oder ich könnte durch alle Zimmer laufen und alle wecken. Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt durch alle Zimmer. Hallo, hallo, hallo. Hier kommt Julian. Hey Mama, guten Morgen. Guten Morgen, Mama. Mama, was machst du da? Mama, bist du im Badezimmer? Mama, du schießt, äh, hast du was Neues an? Nein, hast du nicht. Ist das eine neue Haarfarbe? Nein, ist sie nicht. Hey Mama, hey Mama. Julian, Julian, jetzt raus. Ich bin hier gerade auf der Toilette. Was ist denn los mit dir? Alles klar, alles klar. Ich bin raus, ich bin raus. Ich gehe in Hannahs Zimmer. Wir sehen uns später, wir sehen uns später, Mama. Äh, können wir, können wir, äh, können wir neue Haustiere haben? Bitte, 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 bitte. Oder ein neues Skateboard. Das wäre super. Und danach ins Einkaufszentrum. Hey Pia, was machst du? Äh, du bist ein Haars oder ein Kaninchen? Das weiß ich mittlerweile nicht. Hm, willst du vielleicht auch im Wald? Hm, das wäre super. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Uh! Oh Mann, oh Mann. Ich kann sogar rückwärtssalto jetzt. Und! Perfekt! Super. Aber jetzt ist mir schon wieder langweilig. Was könnte ich denn machen? Oh, ich kann weiterlaufen durchs Haus. Hey Mama, ich bin's wieder. Na, wie geht's dir? Was hast du gemacht in der Zeit? Julian, du raus jetzt. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Was stimmt denn nun nicht mit ihm? Er ist total aufgedreht. Und das noch morgens in der Früh. Hey Papa, guten Morgen. Sag mal, sollen wir vielleicht ein bisschen Ketschen, ein bisschen Wrestling machen? Ich könnte dir einen neuen Trick zeigen. Bitte, 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 bitte. Julian, sag mal, weißt du, wie schwer das eigentlich ist? Es ist doch Wochenende. Lass mich doch ein bisschen ausschlafen. Bitte, Papa, bitte, 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 bitte. Oh Papa, werd ich doch, werd ich doch, werd ich doch. Mach doch irgendwas, mach doch irgendwas. Willst du nichts machen? Ähm, sollen wir vielleicht gleich ins Einkaufszentrum und danach ein neues Skateboard kaufen und danach vielleicht noch auf dem Spielplatz? Boah, Julian, sag mal, was ist denn mit dir los hier so früher am Morgen? Nee, 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 ich kann jetzt nicht. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter schlafen. Okay, Papa, okay, okay, okay. Oh, wen hab ich denn heute noch gar nicht gesehen? Ah, die Emma. Emma, Emma, ich komme. Emma, Julian kommt. Hey Emma, guten Morgen, guten Morgen. Lust auf Ketschen? Oh, Julian, ich will hier runter. Willst du vielleicht gleich auf dem Spielplatz? Nein. Willst du vielleicht auf dem Baum oder so? Ich schlafe. Oh Mann, ich wollte hier noch ein bisschen schlafen. Okay, dann schlaf mal weiter. Schlaf, 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 schlaf. Gib mir einfach Bescheid, wenn du wach bist. Sonst kannst du weiter schlafen. Schlaf ruhig weiter. Schlafen, schlafen, schlafen. Ich lauf weiter, lauf nach unten. Bis gleich. Oh, was ist mit ihm denn los? Hat er irgendwie eine Batterie verschluckt oder so? Es fehlt so viel Energie. Hey, Mama, Mama, fang mich, fang mich, fang mich, fang mich. Was? Was soll ich machen? Mama, fang mich. Du sollst mich fangen. Nein. Ich springe, ich springe, ich springe, ich springe, ich springe, ich springe. Geronimo, 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 Geronimo. Oh, Mama, du solltest mich fangen. Julian, du solltest mich fangen. Du solltest mich fangen. Du bist total verrückt geworden. Warum hast du mich nicht gefangen? Mama, können wir gleich ins Seikaufszentrum und danach auf den Spielplatz? Was? Nein, runter. Mama, ich gehe jetzt frühstücken. Aber muss ich dabei sitzen bleiben, kann ich es aber auch durchs Raushoffen, wenn ich ein Brot esse? Bitte, 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 bitte. Oh, Julian, mach, was du möchtest. Du bist total aufgerissen. Ich kann dir überhaupt nicht folgen. Okay, okay, bis später, Mama, bis später. Hab dich lieb, hab dich lieb, hab dich lieb. Oh, meine Güte, wie kann man morgens so wach sein? Aber normalerweise hat Julian doch auch ein Morgenmuffel. Was ist denn nun mit ihm los? Hm, was macht denn der Becher hier? Der war doch vorhin noch in der Küche und da war auch noch Kaffee drin. Julian, hast du etwa Kaffee getrunken? Was hab ich, was hab ich, Mama? Nein, nein, ich hab den neuen Kakao getrunken, der war ziemlich gut und jetzt bin ich hier auf dem Kamin. Und das ist ziemlich heiß, aber ich bin jetzt hier ganz, ganz oben. Ach, war das gar kein Kakao? Ach, das war ein Kaffee. Oh, jetzt verstehe ich auch, warum ich auf Klo muss, aber ich hab keine Zeit dafür, ich muss hier rumlaufen. Oh, nein, hoffentlich hört das bitte gleich auf, sonst ist er den ganzen Tag so aufgedreht. Hey, hey, Hannah, hey, Hannah, hey, Hannah, hey, Hannah.